In Deutschland leitet ein Bundesminister ein Bundesministerium in eigener Verantwortung im Rahmen der Richtlinien des Bundeskanzlers. Gemeinsam mit dem Bundeskanzler bilden die Bundesminister die Bundesregierung. Regelungen Bundesminister werden auf Vorschlag des Bundeskanzlers vom Bundespräsidenten ernannt und entlassen. Die Minister werden bei der Amtsübernahme vor dem Bundestag auf das deutsche Grundgesetz vereidigt. Sie können, müssen aber nicht Mitglied des Bundestages sein. Sie dürfen während ihrer Amtszeit keine weiteren beruflichen Tätigkeiten ausüben. Ihr Amt endet mit der Entlassung durch den Bundespräsidenten auf Vorschlag des Bundeskanzlers sowie mit jeder Beendigung des Amtes des Bundeskanzlers. Nicht gesetzlich geregelt ist ein Erfordernis der deutschen Staatsbürgerschaft für die Amtsübernahme. Amtsbezüge Laut EF des Bundesministergesetzes erhalten Bundesministeramtsbezüge in Höhe von einem Drittel des Grundgehalts der Besoldungsgruppe B11. Dies entspricht etwa brutto 15.000 Euro monatlich einschließlich zum Grundgehalt allgemein gewährter Zulagen. Ein ausgeschiedenes Mitglied der Bundesregierung hat Anspruch auf ein Ruhegehalt, wenn es der Bundesregierung mindestens vier Jahre angehört hat. Oder wenn es durch Abwahl oder Rücktritt des Bundeskanzlers aus dem Amt scheidet. Amtszeit Die Bundesminister müssen denselben Amtzeit wie der Bundeskanzler sowie der Bundespräsident leisten. Der Eid kann auch ohne religiöse Beteuerung geleistet werden. Weibliche Form der Amtsbezeichnung In den 1990er Jahren erreichte die damalige Familien- und Frauenministerin Ursula Lehr, dass die Amtsbezeichnung bei weiblichen Amtsinhabern Ministerin wurde. Bis dahin war nur die männliche Bezeichnung vorgesehen. Erster weiblicher Minister war Elisabeth Schwarzhaupt im Kabinett Adenauer V., im Kabinett Erhard I. und im Kabinett Erhard II. Das zweite von einer Frau geführte Ministerium war ab dem 16. Oktober 1968 das Ministerium für Familie und Jugend. 1969 wurden diese beiden Ministerien zusammengelegt. Dieses Ministerium ist, abgesehen von einer Ausnahme, seitdem von einer Frau geführt. Während der Zeit des Kabinett Schmidt II hatten zum ersten Mal zwei Frauen je ein Ministeramt inne. Von 1987 bis 1991 waren zum ersten Mal eine ganze Legislaturperiode lang zwei Ministerien stets von Frauen geführt. Besonderheiten Sonderstellungen haben der Bundesminister der Verteidigung, der außerhalb des Verteidigungsfalls die Befehls- und Kommandogewalt über die Streitkräfte ausübt. Bundesminister der Finanzen, der den Vollzug der Haushaltspläne auch der übrigen Bundesministerien kontrolliert und außerplanmäßigen Ausgaben oder Überschreitungen des Haushaltsansatzes zustimmen muss. Zitate Siehe auch Liste der deutschen Bundesminister Liste aktueller Bundesminister Deutschlands Liste 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 Vielen Dank.